Willkommen in Libis-Bowling-Universum. Wir befinden uns heute in Salzburg. Nach über 200 Tagen geht's wieder los mit Bowlingspielen. Also jetzt gibt's den ersten Durf. Wir sind hier in der Bowling-Oase in Salzburg, wie gerade gesagt. Also über 29 Wochen sind vergangen. Ich kann's gar nicht mehr. Ich hab eure Rückenschmerzen. Schauen wir mal. Und die Bahn soll abgespielt sein leider. Wow! Ich hab voll Angst gehabt. Ja, aber trotzdem. Nach so langer Zeit und dein erster kleinen Strike. Irgendwie 10 Meter von der Bowling-Oase werden gefüllt. Okay.